Millionen EM-Rentner können sich zum 1.7.2024 auf eine abschlagsfreie Rentenerhöhung freuen. Mein Name ist Peter Knöbel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Das Thema der sogenannten Zuschlagslösung für EM-Bestandsrentner kocht so ganz langsam hoch. Wir haben Anfang Januar 2024 und immer mehr Menschen fragen bei uns auf RentenBescheid24.de zu diesem Thema an. Wir kommen manchmal mit dem Abarbeiten der Mails gar nicht mehr hinterher, sodass wir hier darum bitten, dass Sie sich bitte unsere Videos zu diesem Thema einfach anschauen. Wir haben da sehr, sehr viele Videos schon zu diesem Thema gedreht. Aber auch können wir Ihnen sagen, dass Sie auf RentenBescheid24.de einen kostenlosen Ratgeber zu diesem Thema sich runterladen können. Bitte schauen Sie auf der Startseite RentenBescheid24.de einfach auf die Unterseite Ratgeber. Und da finden Sie auch zum Thema EM-Bestandsrentner-Zuschlagslösung zum 1.7.24.de ein etwas größeres schriftliches Machwerk von uns. Und da können Sie sich auch mal ein bisschen darin wiederfinden und gucken, ob Sie eventuell Anspruch auf den Extrazuschlag zum 1.7.24.de haben können. Meine Damen und Herren, die Kernfrage ist, wie hoch ist der Zuschlag, den ich bekomme? Das ist eine individuelle Sache. Und hat der Zuschlag eventuell auch noch einen Extraabschlag mit drin? Und da kann ich Ihnen jetzt schon sagen, nein, dieser Zuschlag hat keinen Abschlag. Ich zeige Ihnen das mal, wie das eigentlich funktioniert und welche Auswirkungen das letzten Endes hat. Ja, ich habe dazu mal eine Folie vorbereitet mit einer kleinen Beispielsrechnung, damit Sie das einfach mal nachvollziehen können. Also, die Zuschlagslösung für rund 2 bis 3 Millionen EM-Rentner, hinterbliebenen Rentner, die zum 1.7.24.de mehr Rente bekommen können, bezieht sich grundsätzlich auf den Zuschlag an persönlichen Entgeltpunkten. Ja, hier steht es, an den Zuschlag an persönlichen Entgeltpunkten. Wenn man weiß, was sich hinter dem Begriff persönliche Entgeltpunkte verbirgt, dann weiß man auch, dass sich dahinter nichts anderes verbirgt, als dass die Entgeltpunkte, die ich hier bekomme, keinen Abschlag haben. Das ist so ähnlich wie bei der Mütterrente 1 und 2, wo Bestandsrentnerinnen und Bestandsrentner, die praktisch diesen pauschalen Zuschlag von einem Entgeltpunkt, 2 oder 0,5 Entgeltpunkte bekommen haben, letzten Endes dann diesen abschlagsfrei bekommen haben. Warum ist das so? Der Aufwand, hier eine andere Berechnung durchzuführen, ist ungemein hoch und würde dazu führen, dass die Rentenversicherung hier Riesenprobleme bekommt. Und deswegen hat der Gesetzgeber gesagt, alle EM-Rentnerinnen und EM-Rentner, hinterbliebenen Rentner und andere Fälle können sich freuen, auch wenn sie in ihrer EM-Rente oder in ihrer nachfolgenden Altersrente einen Abschlag haben. Denn, ja, wird es den Zuschlag an diesen Entgeltpunkten ohne Abschlag geben, deshalb auch einen Zuschlag an persönlichen Entgeltpunkten. Ich mache es Ihnen mal an einem Beispiel. Klar, die EM-Rente beginnt oder hat am 30.06.2014 begonnen, damals noch mit 40 persönlichen Entgeltpunkten inklusive 10,8% Abschlag. Das heißt also, in der Summe aller Entgeltpunkte war der Abschlag 10,8% drin und das ergab dann 40 persönliche Entgeltpunkte. Ist nur eine Beispielsrechnung, aber nur für Sie zum Klarmachen. So, diese EM-Rente hat mit Stand 30.06.2024, da gibt es die auch noch, auch noch diese 40 persönlichen Entgeltpunkte. Und als Monatsrente ergibt das dann 1.504 Euro brutto. Warum? Ich nehme die 40 persönlichen Entgeltpunkte, multipliziere das mit dem Rentenartfaktor 1 und mit den 37,60 Euro aktuellen Rentenwert ergibt dann 1.504 Euro brutto. So, jetzt die spannende Frage, wie hoch ist der Zuschlag? Der Zuschlag wird errechnet anhand der Entgeltpunkte Stand 30.06.2024 entweder aus der EM-Rente oder aus der nachfolgenden Altersrente. Die der EM-Rente unmittelbar nachgefolgte Altersrente hat ja auch persönliche Entgeltpunkte, machen wir es aber hier mal an der EM-Rente fest. Das heißt also, wir haben hier 40 persönliche Entgeltpunkte, die multipliziere ich mal 7,5. Warum 7,5? Ja, die Rente hat am 30.06.2014 begonnen, das heißt also noch vor dem 1.07.2014 und genau alle Renten, alle EM-Renten, die nach dem 31.12.2000 bis zum 30.06.2014 begonnen haben, bekommen die 7,5 Prozentpunkte. Ansonsten alle die EM-Renten, die nach dem 1.07.2014 oder nach dem 30.06.2014 begonnen haben, die bekommen nur 4,5 Prozent. Das heißt also, ich rechne die 40 persönlichen Entgeltpunkte mal 7,5 Prozent, ergibt drei persönliche Entgeltpunkte. Warum die 4 Nullen? Entgeltpunkte werden immer mit 4 Nullen hinter dem Komma bezeichnet. Aber nachher zum Schluss habe ich das, glaube ich, gar nicht so streng gesehen. Also, drei Entgeltpunkte zusätzlich ergibt dann in der Summe aller Entgeltpunkte 40 persönliche Entgeltpunkte plus diese drei persönlichen Entgeltpunkte ergibt dann 43 persönliche Entgeltpunkte. Und jetzt die neue Monatsrente zum 1.07.2014 mit dem Rentenwert 37,60. Multiplizieren wir also bitte die 43 Entgeltpunkte mit 37,60 Euro und ergibt dann eine Monatsrente von 1.616,80 Euro. Das ergibt im Vergleich zu dieser Rente, also praktisch vor der Zuschlagserhöhung, um dieser Rente ein Delta von 112,80 Euro. Das heißt also, in diesem Beispiel erhöht sich aufgrund des pauschalisierten Zuschlags um 7,5 Prozent die monatliche Rente um 112,80 Euro. Ich finde, das ist doch mal kein schlechtes Ergebnis. Wie hoch dann im Einzelfall sich Ihre Rente erhöht, das kann ich Ihnen natürlich nicht sagen. Ich will Ihnen aber mit diesem Beispiel einfach nur klar machen, um was es hier geht und wie das quasi berechnet wird. Im Groben, im Allgemeinen, im Detail sieht das dann wahrscheinlich ein bisschen anders. Warten Sie bitte Ihre neuen Rentenbescheide ab und dann werden Sie sehen, wie hoch dann Ihre Renten ausfallen. Aber ich sage mal so, wer diesen Zuschlag bekommt, der bekommt ihn definitiv abschlagsfrei und zwar für die Entgeltpunkte, um die sich sozusagen Ihre Rente dann mit den 7,5 Prozent oder 4,5 Prozent dann erhöht. Also bitte nicht auf alle Entgeltpunkte, sondern wirklich nur auf diese 7,5 oder 4 Prozent. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen allen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Nöppel.